Ja, und dann auch so eine Scherz. Nur aufpassen, da gibt es auch Hunde, die dann den Schwanz nach unten machen, die nicht von der Leine nie kommen und wenn sie dann beißen, dann beißen sie. Lisa, da wird jetzt kein Bettchen gemacht. Da haben wir Mama, da machen wir so eine kleine Chance. Ja, genau. Hallo meine kleine Maus. Die Boren sind witzig, oder? Süß. Dass die so hoch stehen. Wie ein Teddybär. Wirklich. Ich hab gesagt, die hat viele Ähnlichkeiten von wie die Knut der Eisbär damals. So sehen die eigentlich alle aus. Dann lassen wir es her. Da haben wir die Mutti. Da hinten haben wir den kleinen Papa von der Joyce. Eine Freundin von der Joyce. Und die kleine Joyce schläft da im Kuscheldeckchen. Es bleibt windig. Es gibt schlechtes Wetter. Das sieht man kaum in dem Fell. Und hier ist die Mutti. Die freut sich schon. Vielleicht in zwei Wochen schon. Das Mutterherz klopft schon. Sollen wir mal gucken, ob es kommt? Nichts. Lass mich gehen. Lass mich gehen. San Francisco Alomar. Das ist ganz schön. Das ist jetzt ein wobники. Die mir grading schläft Campanaf IX. SchJf. Na den Teddybär, der ich erst print. Da bin ich vor. Schjaustering. Engd Irish. polished Ghostın. Denn das war first. ist endlich. justamente wird das nicht 해야mayın. Wirklich Was Vielen Dank. 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 Vielen Dank.